Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004, geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann, erschienen bei Feder und Schwert, gelesen von Mario und Koali. Kapitel 8 Ist nicht Kriegsdienst des Menschenleben auf der Erde? Kapitel 7, Vers 1 Der Ketzer mit dem wilden Haarschopf kippte platschend in die Blutlache zu seinen Füßen. Wer so viel Blut verloren hat, braucht seine Waffe nicht mehr, dachte Einhard grimmig und ließ die erbeutete Stielaxt ein paar Mal prüfen durch die Luft sausen. Es war eine gute, solide Waffe, auch wenn sie für seinen Geschmack etwas zu kopflastig war. Er wusste nicht, wer oder was den Mann getötet hatte, aber er konnte die über zwei Meter lange Waffe gut gebrauchen, nachdem er seine Hasta auf der Straße hatte zurücklassen müssen. Seht nach, ob die anderen Toten auch noch ein paar brauchbare Waffen haben, rief er den angelitischen Söldnern zu, die hinter ihm in den kleinen Innenhof drängten. Er trat an eine der im ganzen Hof verstreuten Transportkisten heran und stellte fest, dass sie leer war. Plünderer. Nicht wirklich überraschend. Erschöpft drehte er die Holzkiste um und ließ sich darauf nieder. Seit sie heute Morgen im Hafen von Tours gelangt waren, war es das erste Mal, dass Einhard sich für einen Augenblick ausruhte. Langsam wurde ihm bewusst, wie ihm das Regenwasser unter der schweren Rüstung den Rücken hinunterlief. Er war vollkommen durchnässt, und die heiße, schwüle Luft machte jeden Atemzug schier unerträglich. Aber er durfte sich davon jetzt nicht überwältigen lassen. Mit einem Ruck erhob er sich wieder und sah zu den Söldnern hinüber. Die jungen Männer und Frauen durchsuchten widerwillig die im Hof verstreuten Ketzerleichen. Sie waren allesamt jünger als er. Und auch wenn es seine erste Schlacht als Elektus der Gabrieliten war, fühlte er sich für sie verantwortlich. Immerhin war er der Einzige hier, der eine richtige Kampfausbildung hatte. Vorsichtig trat Einhard an das Hoftor und später auf die regennasse Straße hinaus. Außer einem toten Söldner, dessen zerfetztes Gesicht reglos in den grauen, Frühsommerhimmel starrte, konnte er niemanden sehen. Er meinte sich zu erinnern, dass der junge Batz hieß, aber er war sich nicht sicher. Von der Torburg wehten Waffenklüren und Schmerzensschreie herüber, in die sich jetzt ein langgezogenes, unnatürlich schrilles Heulen mischte. Sie mussten einen Weg finden, zur Schlacht zurückzukehren, ohne die Straße zu passieren. Sonst würden die Heckenschützen der Ketzer sie einem nach dem anderen Batz Schicksal teilen lassen, sobald sie aus dem Hof traten. Einhard wandte sich zu den Söldnern um, die mit ängstlichen und erwartungsvollen Blicken hinter ihm standen, und korrigierte sich in Gedanken. Er musste einen Weg finden. Wir können nicht auf die Straße zurück, sagte er und bemühte sich, seiner Stimme einen festen und sicheren Klang zu geben. Die nördliche Mauer des Innenhofes ist nicht sehr hoch. Wir werden also versuchen, über sie in den nächsten Hof zu gelangen und von dort aus weiter zur Torbastion vorzudringen. Einhard warf noch einen letzten, abschätzenden Blick auf die Straße hinaus, dann schloss er leise das Hoftor und legte von innen den schweren Holzriegel vor. Die erwartungsvollen Blicke seiner Leute brannten in seinem Rücken. Er konnte sich noch gut erinnern, wie stolz er am Vorabend der Schlacht gewesen war, als Magistra Elin ihm das Kommando über die Söldner übertragen hatte. Das Wichtigste, was ein zukünftiger Kompteur zu lernen hat, ist Verantwortung für seine Rotte zu übernehmen, hatte sie gesagt. Und du hast jetzt das Kommando über diese zehn Söldner. Führe sie in die Schlacht und sorge dafür, dass sie alle lebend zurückkehren. Und sollte dir das nicht gelingen, wird sie auch niemand vermissen, dachte Einhard im Stillen. Elin hatte es nicht ausgesprochen, aber als die Kugel Barts Gesicht zerschmettert hatte, war es fast so gewesen, als hätte Einhard auf einmal die brüste Stimme der Magistra in seinem Kopf gehört. Stellt euch vor, jede Schlacht ist nur eine weitere Übung auf eurem Weg zur Vollkommenheit, hatte sie einmal gesagt. Aber jetzt kam ihm das alles ganz und gar nicht mehr wie eine Übung vor. Aus dem stolzen, ehrgeizigen Templer, für den er sich bisher gehalten hatte, war wieder ein besorgter, großer Bruder geworden, und er ertappte sich zum ersten Mal seit Monaten bei den bangen Gedanken an seine Familie zu Hause. Schweigend führte er seinen kleinen Trupp an die niedrige Mauer an der Nordseite des Innenhofes. Wenn sie ein paar der leeren Kisten zusammenschoben, sollten sie ohne Probleme hinüberklettern können. Der Innenhof auf der anderen Seite der Mauer war genauso verlassen wie der, aus dem sie gekommen waren. Immerhin lagen hier keine Leichen herum. Nach kurzer Orientierung konnte Einhard feststellen, dass der verwinkelte Hof zwei Ausgänge hatte. Das größere Tor führte wieder auf die Straße hinaus, von der sie vor den Heckenschützen der Ketzer geflohen waren. Durch das Guckloch in der niederen Tür konnte er auf eine schmale Nebengasse hinausblicken. Die finstere Gasse war gerade so breit wie ein Mann und die Häuser hatten hier kaum Fenster. Vorsichtig öffnete er die kleine Tür und steckte den Kopf hinaus. An einem Ende des schmalen Durchgangs konnte er die leere Straße erkennen, das andere bog nach einigen Metern scharf nach Norden ab, genau in ihre Richtung. Nachdenklich warf er noch einen Blick zur Straße. Sie mussten schon verdammtes Pech haben, wenn der versteckte Heckenschütze genau gegenüber der Gasse am Fenster saß. Außerdem waren sie erst einmal in Sicherheit, sobald sie um die Ecke waren. Er musste es einfach riskieren. Langsam trat er in das Halbdunkel hinaus. Er fürchtete, jeden Moment einen Schussknallen zu hören, der ihn zu Boden warf. Aber außer dem fernen Lärm der Schlacht war nichts zu hören. Beallt euch, zischte er den Söldnern zu. Im nächsten Moment liefen sie in gedruckter Reihe den düsteren Weg entlang. Die Häuser standen zum Teil so dicht, dass die ausladenden Schulterflüge von Einhards Rüstung an den groben Steinmauern entlang schrampen. Hauptsache, sie wurden nicht aus der Luft entdeckt, dachte er und huschte um die Ecke. Der Anblick des Wesens, das die Gasse einige Meter vor ihm blockierte, ließ Einhard das Blut in den Adern gefrieren. Die stark verlängerten Beine hatten zu viele Gelenke, um menschlich zu sein, und endeten in scharfen Klauen, mit denen die Kreatur sich in den Wänden der Gasse festkallte. Ihr menschlicher Torso hing fast parallel zum Boden in der Luft. In den Händen trug der Versuchte eine kurzstielige Berdichte, jene Axt, die auch bei den Beutereitern sehr beliebt war. Offenbar war der Diener des Herren der Fliegen genauso überrascht wie Einhard, aber es gelang ihm einen Augenblick früher, mit der neuen Situation klarzukommen. Mit einem heiseren Lachen schwang er sich auf den Templer zu und es gelang Einhard erst im letzten Moment die Stielachs hochzureißen. Aber der Versuchte wich Einhards Waffe geschickt aus und hing jetzt bedrohlich über ihm zwischen den Mauern der Gasse. Im nächsten Augenblick sauste die lange Axtklinge von oben auf den Söldnerführer herab und Einhard konnte sich nur mit einem Hechtsprung nach vorne in Sicherheit bringen. Er schießt ihn, rief er noch im Sprung und hoffte, dass es den Söldnern gelang, ihre Bögen zum Einschatz zu bringen, ohne sich gegenseitig zu treffen. Er wusste nicht, wie er wieder auf die Beine gekommen war, hatte jedoch im Sturz seine eben erbeutete Waffe loslassen müssen und stand jetzt mit leeren Händen da. Ein rascher Blick zurück zeigte ihm, dass der Versuchte jetzt über den Söldnern war und gerade mit einem mächtigen Hieb der Bärdichte den Schild des Ersten zerschmetterte. Ohne zu zögern hechtete Einhard nach vorn und griff mit beiden Händen nach dem Schaft der Stielachst. In einer einzigen Bewegung rollte er sich auf den Rücken und riss die Klinge der Waffe in weitem Bogen nach oben. Die Hebelkraft des langen Schaftes drohte ihm fast die Arme zu entreißen, aber dann spürte er, wie der spitze Haken auf der gegenüberliegenden Seite der Acksklinge sich in den Rücken der Traumsattkreatur grub. Als der Versuchte schrie, merkte Einhard, dass er selbst auch brüllte. Mit einer weiteren Kraftanstrengung gelang es ihm, seinen Gegner auf den Boden herunterzureißen und sich dabei wieder aufzurichten. Der Dämon hatte seine Waffe fallen lassen und griff verzweifelt nach der, die in seinem Rücken steckte. Doch deren langer Schaft hatte sich inzwischen in der engen Gasse vergeilt und der Dorn bohrte sich durch die Bemühungen des Verletzten nur noch tiefer in die klaffende Wunde. Einhard ließ den Stiel nun endgültig los und griff stattdessen nach der Bärdichte des Wesens, die scheppernd von seinen Füßen aufgeschlagen war. Nach drei wuchtigen Schlägen war sein Gegner kaum mehr als ein zuckendes Knäuel nicht zusammenpassender Gliedmaßen. Als Einhard aufhörte zu schreien, war es auf einmal unwillkürlich still. Erschöpft musterte er seine schockierten Söldner. Alles in Ordnung bei euch? Der erste starrte ungläubig von den Überresten seines zerschmetterten Schildes zu dem totenversuchten Hühn über und nickte dann zögernd. »Elektus Einhard«, meldete sich dann die zitternde Stimme einer jungen Frau von weiter hinten in der Gasse. »Ich glaube, Jan und Bernie haben Angst bekommen und sind auf die Straße hinausgelaufen.« Die Torbastion bot einen grauenvollen Anblick. Von ihren Zinnen hingen rundherum unzählige Körper herab und an jenen Stellen, die der Regen nicht erreichte, konnte man noch die rostrote Farbe geronnenen Blutes erkennen. In grotesk verzerrten Posen reihten sich halbverwäste Leichname an jene Unglücklichen, die sich noch im Todeskrampf wanden. Die Scharen näherten sich dem Südhor vom Hafen aus und umflogen es dann in weitem Bogen. Als die stadtwärts gerichtete Fassade in Sicht kam, stockte Adoniel fest der Atem. Mitten über der Toreinfahrt war die weiße Gestalt eines Engels mit gespreizten Flügeln aufgespannt. Sein Kopf und seine Arme hingen schlaff herunter und aus einer klaffenden Wunde in der linken Seite sickerte Blut. Jetzt konnte er auch die Versuchten sehen, die auf den Zinnen standen und drohend ihre Waffe gen Himmel reckten. Eine Windböe trieb den bestialischen Gestank von Fäkalien und Tod zu ihnen herüber. Und das Geschrei der Ketzer klang in seinen Ohren. Sollte es in der Absicht der Versuchten gelegen haben, die Truppen der Kirche durch diese Demonstrationen von Grausamkeit einzuschüchtern, so hatte sie bei ihm genau das Gegenteil erreicht. Hatte ein Teil von Adoniel die Versuchten zuvor noch als Opfer des Herrn der Fliegen bemitleidet, sah er sie jetzt nur noch als unmenschliche Monster. Und er wusste, dass es den anderen nicht anders erging. Sie hatten mit einem Dutzend weiterer Scharen einen Kreis um die Torvastium gebildet. Und beinahe sah es so aus, als hinge sie mit rechtmäßigem Flügelschlag in der Luft und wartete auf Pyriels Kommandung. Eine Ewigkeit schien zu vergehen. Bis endlich. Ariels beherrschte Stimme in seinem Kopf erklang. Es ist soweit. Wir schlagen los. Fast schwerfällig setzte sich um Adoniel die anderen Engel in Bewegung und flogen direkt über den leichenübersäten, blutbesudelten Mauern der Torvastium zu. Adoniel! Er spürte, wie auch sein Flügelschlag sich merklich beschleunigte und begann zwischen den anderen vorwärts zu gleiten. Mit einem kurzen Auflodern entzündete sich sein Flammenschwert, fast ohne ein Zutun, und sein gesamter Körper spannte sich unmerklich. Es kam mir vor, als beobachtete er sich selbst, tief aus seinem Inneren heraus. Jetzt bin ich soweit, dachte er noch, bevor er die Kontrolle ganz seinen Instinkten überließ. Rahel erkannte Maloriel in dem Moment, in dem die Scheinengel, eine besonders heimtückliche Spezies der Traumsaat, die versuchte, das Anlitz der Engel zu imitieren, über den steinernen Zinn der Torbastion aufstiegen. Schon von Weitem hatte sie sich gefragt, wie es dem Versuchten gelungen war, einen einzelnen Engel gefangen zu nehmen, aber sie konnte sich leider nur zu gut vorstellen, dass Maloriel in seinem Zorn dumm genug gewesen war, ihnen in die Klauen zu fallen. Besorgt sah sie zu Arya hinüber. Sie wusste, dass die Michaeliten sich die Schuld für das Schicksal ihres Scharbruders geben würde, aber in diesem Moment ließ sie sich nichts anmerken und schien sich ganz auf den Angriff auf die Torbastion zu konzentrieren. Adoniel schoss unter ihr hindurch, ein schwarzes Geschöpf der göttlichen Rache. Sein Flammenschwert beschrieb einen lodernden Halbkreis und durchschnitt den ledrigen Hautflügel eines der falschen Engel. Rahel konnte hören, wie die hohlen Knochen der Kreatur splitterten und sie schrill aufschrie. Ihre spindeldürren Klauen schossen nach vorne und packten im Sturz nach dem Wein des Gabrieliten, aber im selben Moment bohrte er sein Flammenschwert von oben durch den bunt schillernden Schädel des Dämons und versenkte die lodernde Klinge tief in seinem Leib. Vollkommen reglos glitt der Diener des Herrn der Fliegen von Adoniels Waffe und schlug klatschend auf der obersten Plattform der Torburg auf. Rahel sah noch, wie Adoniel sich dem nächsten Scheinengel zuwandte, als plötzlich ein sengender Flammenstrahl von unten aufs Zuschoss. Mit einer leichten Flügelbewegung ließ sie sich zur Seite kippen und ging nur dadurch um Haaresbreite dem verzehrenden Feuer. Ein Schwarm Verderberlibellen raste direkt auf sie zu. Adoniel, pass auf, unter dir! Sie konnte nicht sehen, ob der stämmige Gabrielit ihre Warnung gehört hatte, denn im nächsten Augenblick waren die Traumsat-Dämonen heran. Mit ein paar kräftigen Flügelschlägen versuchte sie, sich von den riesigen schwarzen Libellen zu lösen, doch ihre Gegner hatten sie bereits umzingelt. »Sammelt euch bei Rahel«, vernahm sie Ariels Stimme in ihrem Kopf und im nächsten Augenblick steckte ein grün gefiederter Pfeil im großen Facettenauge des Dämons direkt vor ihr. Die Verderberlibelle krümmte sich in der Luft und rannte im Todeskampf ein anderes Mitglied ihres Schwarms. Rahel kämpfte um Höhe und glitt dicht über die taumelnden Insekten-Dämonen hinweg. Vor ihr tauchte plötzlich Daniel auf, einen weiteren Pfeil auf der Sehne. Für einen Moment hatten sie Blickkontakt und sie sah, wie der Urelit fast unmerklich mit dem Kopf nach links unten deutete. Sofort legte sie ihre Flügel dicht an den Körper und sackte in die angegebene Richtung ab. Daniels Pfeil schnellte über sie hinweg und sie hörte den krächzenden Todesschrei einer weiteren Libelle hinter sich. Jetzt waren auch Ariel und Adoniel bei ihnen und stürzen sich auf die übrigen Angreifer. »Rahel, flieg zur Mauer hinüber und kümmere dich um Maloriel. Daniel, gib ihr Deckung!« Ohne ein weiteres Wort drehten die beiden Engel ab und flogen zur Mauer, der erbittert, und kämpften Torbastion hinab. Die meisten Gefechte fanden in der Luft über den Wehrgängen statt, sodass ihre größte Sorge hier unten die von oben herabstürzenden Verwundeten waren. Während Daniel mit scharfen Augen die Kämpfe über ihnen beobachte, wandte Rahel sich dem Verwundeten Maloriel zu. Seine Haut hatte eine fast aschgraue Farbe angenommen und das Gefieder seiner gespreizten Schwingen wies an vielen Stellen Löcher auf. Die feinen schwarzen Fäden, mit denen er an die Mauer gebunden war, stitten tief in sein Fleisch ein und aus der Stichwunde in seiner linken Seite sickerte noch immer Blut. Vorsichtig schob Rahel eine Strähne regennassen Silberhaas beiseite und legte die Hand auf die Stirn des Rameliten. Seit sie ihren Gefährten vorhin erkannt hatte, fürchtete sie sich vor diesem Augenblick. Was, wenn ihr Scharbruder nicht mehr lebte? Doch kaum berührten ihre Fingerspitzen die Haut des stolzen Engels, spürte sie seine pulsierende Lebenskraft. Er lebt, sagte sie erleichtert zu Daniel. Als sie endlich den großen Platz vor der Torburg erreichten, waren sie nur noch zu siebt. Einhard selbst mitgezählt. Nachdem er festgestellt hatte, dass Jan und Bernie tatsächlich in Panik auf die Straße zurückgelaufen waren und von mehreren Armbrustbolzen getroffen, leblos auf dem Pflaster lagen, hatte er die anderen Söldner noch mehr zur Eile angetrieben. Er wusste natürlich, dass sie auf dem Schlachtfeld und die Torbastion alles andere als sicher waren. Aber wenigstens wusste man dort, wo die Gefahr herkam und konnte ihr ins Auge blicken. Der Weg durch die Gassen und Hinterhöfe war einfach zermürbend und nervenaufreibend gewesen. Auf den letzten Metern war ihnen dann eine Gruppe feindlicher Söldner entgegengekommen, die offensichtlich vom Schlachtfeld geflohen waren. Auch wenn sie diesmal mit rein menschlichen Gegnern zu tun gehabt hatten, hatte Einhard in dem Scharmützel einen weiteren seiner Söldner verloren. Die Ketzer waren einfach viel erfahrener und besser ausgerüstet gewesen als sein eigener Trupp. Einzig das rechtzeitige Auftauchen eines Gabrieliten, also die Ketzer, in die Flucht geschlagen und ihnen das Leben gerettet. Der Himmel über der mächtigen Torbastion wimmelte von Engeln und fliegenden Dämonen. Es fiel Einhard schwer, den Blick von dem tödlichen Schauspiel abzuwenden. Aber es war nicht nur die atemberaubende Schönheit der charismatischen Streiter des Herrn, die ihm in den Bann schlug. Auch die groteske Vielfalt der Traumsaat übte eine Faszination aus, der er sich nicht entziehen konnte. Er sah, dass der Anblick der Schar den Söldnern noch mehr den Atem verschlug als ihm selbst und er konnte es ihnen nicht verdenken. Aber der Kampf in der Luft war nicht ihre Sache und am Boden konnten die Truppen der angelitischen Kirche bei ihrem Ansturm auf die Torburg jede Hilfe gebrauchen. Seht ihr die Perversen dort? Wir laufen zuerst dort rüber. Dort kann ich mir den Überblick über die Schlacht verschaffen und vielleicht herausfinden, wo die anderen Elektri mit ihren Truppen kämpfen. Die fünf großen, hölzernen Setzschilde bildeten einen Halbkreis und boten vier Ballistas und der Gruppe von Söldnern, die sie bedienten, Schutz. Unermüdlich feuerten sie einen der über einen Meter langen Bolzen nach dem anderen gegen den Weersturm, der heiß umkämpften Torbastion. Der beißende Gestank von Rauch und Verwesung hingen in der Luft und Einhard sah, dass die Söldner allesamt feuchte Tücher vor Mund und Nase gebunden hatten. Er schlug den Kragen seines Mantels hoch und wies seine Leute an, es ihm gleich zu tun. Dann trat er an den Söldner heran, der das Kommando innehaben schien. Wir gehören zu den Gabrieliten, sprach er ihn an und bereute sofort, was er gesagt hatte. Jeder Idiot konnte an seinem schwarzen Waffenrock erkennen, dass er ein Gabrielstemper war. Wir gehören zu der Einheit, die das Südtor stürmen soll, verbesserte er sich. Wir wurden vom Rest unserer Truppe getrennt. Habt ihr das Banner von Magistra Elin von den Gabrieliten gesehen? Der alte Söldner mustete Einheitsgruppe mit ernstem Blick und antwortete ihm dann mit gedämpfter Stimme. Du wirst wissen, was du tust, Templer. Aber das da draußen ist kein Kinderspielplatz. Ich denke nicht, dass diese da, er wies mit dem ausgestreckten Finger seiner Linken in Richtung der jungen Krieger in Einheitsgefolge, dort etwas verloren haben. Wohl aber viel zu verlieren. Der Elektus nickte und biss sich auf die Lippe. Er wusste, dass der grimmige Söldner recht hatte. Aber trotz allem hatte er seine Befehle. Es gab kein Zurück mehr. Ich kann dir versichern, ich tue mein Bestes, damit ich sie behalte, Bruder. Die grauen Augen hielten seinen Blick einen Moment lang zu lange fest. Ich habe einen Banner der Gabrieliten vor dem Haupttor gesehen. Ich weiß jedoch nicht, ob es von Magistra Elin war. Danke, antwortete Einhard. Gabriels Stärke